Absurd war ich schon immer, aber das hat sich einfach so ergeben und hat mir manchmal gar nicht gefallen. Ich wäre so gern logisch überzeugend gewesen. Das Hörbuch von Dr. Robert Habeck »Wer wir sein könnten« hat mir da Mut gemacht und mich inspiriert zu »Komm mit mir und lass uns absurd werden«. Geschrieben von Reinhard Steinbrecher alias Dicestoni alias Wilfried Liebe am 18. Dezember 2018 »Komm mit mir und lass uns absurd werden«. »Wenn es denn so war, wie Sie sagen, dass da einer gerechnet hat und dann das Auto und den Motor auf das Fließband geschickt, wie berechnend kann man dann sein?« »Wenn es denn so weitergeht, wie Sie meinen, dass da einer nichts gehört hat, als ob Schmerz jemals stumm zu schalten ist und ausgerechnet das Schwein selbst kein Schwein hat, wie taub kann man dann sein.« »Wenn es denn eine Sonne gibt, von der Sie uns erzählen und keine Wolke hält sie mehr auf?« »Was haben sich dann die Menschen gedacht? Früher? Statt am Fluss und Schiff bringt Gold? Und wie trocken darf dann sein Flussbett sein?« »Wenn es denn einen gibt, dem Sie folgen wie Hunde, der nicht einen einzigen Knochen verteilt und sagt, »Gleichschlitt bedeutet Vernunft«, dann komm und sei wie ich. Absurd.